Lernen und Bauen Lass uns einen Kran bauen. Welche Formen brauchen wir? Rechteck Viereck Dreieck Kreis Gut gemacht! Der Kran ist bereit. Schau! Der Kran hebt ein Teil des Hauses hoch. Der Kran ist bereit. Lass uns noch einen Kran bauen. Welche Formen brauchen wir nochmal? Rechteck Viereck Dreieck Dreieck Kreis Sehr gut! Auf Wiedersehen Kran! Dreieck 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 Untertitelung des ZDF, 2020